Los! Ja, ja, ich strech mich schon noch. Oh, schon wieder Wölfe. Hallo! Anti-Aggressionstherapie. Ah, und ein Bär. Auch Anti-Aggressionstherapie. Ah, noch ein Bär. Unter. Ja. 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 Dann geh ich da mal runter. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Echt jetzt? Wieso? Sind die Böse? Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte schon, du! Weg da! Oh! Oh! Die kann ich ja jetzt zu unserem Schiff dazu tun. Wieso sollte ich mich nicht hier blicken lassen? Und doch. Ich habe deine Nachricht gesehen. Worum geht es? Banditen haben die Leichen der Gefallenen geplündert. Aber ein Fluch wird dem finsteren Treiben der Grabräuber ein Ende setzen. Mhm. Interessanter Plan. Diese dreckigen Leichenfledderer werden versuchen, mein Ritual zu verhindern. Da bin ich sicher. Und der Geruch des Todes wird wilde Tiere anlocken. Äh, du willst, dass die Tiere sterben? Du willst, dass die Gesetzlosen sterben? Also, ich will nicht, dass ich wieder Tiere töten muss. Und gleich bittest du mich, dass ich mich um sie kümmere. Nein. Die Bestien müssen unbedingt erlegt werden. Oh. Und dass dir keiner entwischt. Ich, ich, ich wollte, dass, dass ich die Banditen töte. Aber, na gut. Bin dabei. Es hängt sehr viel davon ab. Schäre. Ja. Immer gegen die Tiere. So. Na gut. Erledige die Bären. Oh, auch noch Bären. Tja. Los geht's. Na gut. Na gut. Dann töte ich mal Bären. Und, äh, ja. Wir haben hier sonst nichts zu tun. Ja, selber aus dem Weg. Hat er mich gerade Fight genannt? Ich hab eigentlich, ja, ich hab eigentlich die ganze Zeit der STRG, ähm, gedrückt, also, dass sie halt, äh, in Schritt reitet. Aber, irgendwie, wollte sie, äh, lieber springen. Warum immer die armen Tiere? Äh, weil's Ubisoft ist. Keine Ahnung. So, äh, letztes Mal mussten wir wieder so, so ne typische Ubisoft-Quest machen. Na los, komm. Ähm, so von wegen, äh, Bärenhoden und, äh, was war's, äh, Hirschzungen, so ne scheiß Gebäude machen. War wieder so typisch. Ah, guten Tag. Oh, der, der sitzt so süß da. Oh, der sitzt so süß da. Oh, der sitzt so süß da. Hm. Aber, hey, ich hab ihn getrüttet. Oh, wow. Na ja. Hau, 지금은 lord. Salut! Huh? Uh, Die Mission hast du noch gar nicht abgegeben, oder? Nee, habe ich nicht. Dieses widerliche Gebäude habe ich noch nicht abgegeben. Das heißt, ich muss die ganze Zeit das mit mir rumtragen. Hey Flo, du hast gerade nichts verpasst. Wir haben gerade nichts Verwerfliches gemacht. Warte, wir haben das mit den ekeligen Dingern echt noch nicht abgegeben? Wie hieß denn das? Ja, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das war doch hier, warte, das war hier oben. Dann gebe ich das einfach ab. So. Warte, 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 wo war die? Die war oben, oder? Ich glaube schon. War die nicht da, oder ist das das Häkchen da hinter uns? Ich glaube, ja, das ist, glaube ich, könnte das Häkchen da hinter uns sein. Entschuldigung, Entschuldigung, das tut mir fast gar nicht leid. Ähm, sprich mit Auxia. Ja, das ist sie, oder? Ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Ach, du bist zurück und keinen Augenblick zu früh. Ich habe, was du wolltest. Wer ist das, Auxia? Das ist die Säldnerin, die unseren Funken neu entfachen wird, mein Liebster. Oh nein, das hatten wir doch schon. Ich kann dich nicht mehr befriedigen. Du bringst mich noch um mit deiner Lust. Unsinn, ich bereite dir ein Elixier zu, das dir die Lebenskraft eines sehr viel jüngeren Mannes verleiht. Götter, rettet mich. Ich schaff das nicht mehr. Bitte was? Ich stille deinen Hunger? Was? Ähm. 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 Also, nur, nur just saying, äh, Dildos wurden damals schon erfunden. Also, die gab's schon, alter Mann. Ich, ich. Also, du... Wir zwingen dich nicht, die zwei zu nehmen, wie wir Turbinator gezogen. Okay, und, äh, also was passiert dann? Schlafen wir dann wirklich mit dir? Okay, bezahl mich endlich, ich freue mich, dass ich helfen konnte. Äh, ja, äh... Ja, ich, ich, ich nehme mal die drei, wobei, das stimmt ja gar nicht. Ja, äh, nein, egal. Ich brauche keine Bezahlung. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Sehr freundlich von dir, Söldnerin. Es ist ein Segen der Götter, dass wir uns getroffen haben. Und nun habt euren Spaß, aber nicht zu viel. Aber du nicht zu viel. Ach, der arme Mann. Äh, äh, ja, stimmt eigentlich, ja. Ich musste dafür, entschuldigen, äh, ja, 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 okay. Echt, ich, ähm, dachte nicht, dass, äh, wir dann überhaupt nicht bezahlt werden. Und da stand ja einfach nur so, ja, ähm, habt euren Spaß so ungefähr. Und das, das erste wollte ich halt nicht machen, weil das so unfreundlich war. Jetzt bezahl mich endlich. Ah, dass wir jetzt da überhaupt nicht spielen? Ja, egal. Wir haben XP bekommen. Ähm. Ja, der arme Mann. Ach, schön. Ich komme echt nicht drauf, klar. Spekulat, du mit deinen Spekulatius. Zum Glück, ähm, bist du jetzt hier in TeamSpeak oder Discord. Oh Gott. So. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich hab sie erledigt. Jeden einzelnen. Ich wusste, die Götter haben uns zusammengeführt. Bitte, nimm das hier. Ich mache keine halben Sachen. Jetzt sag ich nicht so, als wäre das was Tolles gewesen. So. Na gut. Aber wir haben diese blauen Oreo-Dinger bekommen. Die brauchen wir ja auch irgendwie. 17. Ich glaube, wir brauchen irgendwie 25 oder so, um so eine Special Truhe zu bekommen. Egal. Gut. Und dann die nächste Quetsche. Warte, ich will mal kurz schauen. Ähm. Klingel der Gerechtigkeit. Töte Banditen mit Attentat. Alter, wie viele denn? Wow. Ist das aber hier? Hier auf der... Ding? Ne, das ist überall auf der Welt, ne? Ne, dann... Ne. Dann... Dann mache ich das nicht. Dann mache ich die Hauptquest weiter. Weil ich... Ich will äh... El Pedro... Penor... Pedro... Panor... Wie auch immer der heißt. Bewegung! Das steht da unten. Äh, da oben, Tobi. Ähm, genau. Den werde ich jetzt mal töten. So. Wie. Guten Tag, die Herren. Autopilot aktiviert. Ha, 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 ha. Und los geht's. Das könnte ich ja auf dem Weg, äh, einfach verbrennen, ne? Warte, warum muss ich das verbrennen? Wie muss ich das töten? Einfach so? Oh ja. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Das ist ziemlich äh, explosiv, würde ich sagen. Hm. So ne, so ne Special... äh, Fackel. So ne Holztür, so ne kleine Holztür schmeißen und sie explodiert. Was? 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 Oh komm. Danke. Dann muss ich jetzt die komplette, äh, Testung wegen einem Mann ausschalten, ne? Na ja. Was macht man nicht für einen Mann? Da ist er. Da ist er. Versucht sich zu verstecken. Naja, äh, nicht verstecken, sondern eher verschanzen. Da sind schon ein paar, ne? Da ist noch was? Da ist noch irgendwas? Was soll da unten? Unwichtig. Gut. Erstmal ein Brümchen pflücken und ein Steinchen nehmen. So. Hier werden sie besonders wachsam sein. Ja wahrscheinlich. Sperrgebiet. Wieso sieht er mich nicht? Also ich, ich find's gut, dass er mich nicht sieht, aber... So. Schnell das Lagerfeuer ausmachen. So. Dann bitte mal ducken. Wo ist denn der Knabe? Da drieben ist der Knabe. Ich wette, ich muss komplett alles, äh, ausschalten. So. Und... Er fliegt. Autsch. Gut. Also die ist ja schon richtig krass beim Klettern, ne? Also. Weil so, so Stein und so weiter kann ich's verstehen. Aber Baumstämme so hoch zu klettern? Nur Respekt. Schon richtig, richtig krass. Ist so badass. Ja. Ja, der Spiderman-Gene. Haha, ich bin so lustig. Das war nice. Weil die Finisher sind echt immer richtig, richtig krass. So. So. Äh, nee, warte, hier ist ein Strauch. Busch. So. Wer kommt denn noch hoch? Der nächste Soldat. Äh, bitte nicht da rein. Ich lege den mal so in die Ecke hier, warte. So. Und E. Ach, sehr schön. Okay. Äh, 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 äh. Dann hole ich mir mal. Den hier oben. Ja. Bitte Leitern. Das nicht. Und... Fortschritt? Ja. Sieht hier jetzt. Und da geht durch. Warte! Also da geht's. Okay, Leute. Und da geht's. Und jetzt da geht die Ecke jetzt. Und da geht's noch nicht. Die Frage ist, ob ich den machen kann. Hoffentlich. So, dann komm mal her, mein guter. Da ist ja noch einer. Entschuldigung. Ähm, ähm, tja, äh. Komisch, dass ich mich nicht wundern, dass hier ein Bogen liegt. Jetzt liegen hier schon zwei Bögen. Oh, da kommt der nächste. Ich glaube, ich muss einfach warten. Ähm, also hier warten. Und dann kommen nach und nach alle hier rein. Oh, da kommt der nächste. Probably. Probably. Ich hier mal wieder ganz viel. Da hat Tobi angenommen. Warte, 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 warte. Da war... Wahrscheinlich check ich hier gar nichts mehr. Weil ich nicht die ganze... Ding gesehen habe. Okay. Ja. Okay, dann, ähm, macht der genug? Aber dann mach ich mal hier den da. Köpfe runter! Na gut, dann komm ich runter. Ja. Warte, da... Das war mal irgendwie... Da, doch. Eines Tages... das war's warum überrascht nicht dass er wusste dass ich ihn jagen würde mit diesem doppelgänger wollte er nicht in die falle locken das war wohl nichts bald ergeht es dir wie deinem doppelgänger tobi schaut viel zu wenigen ich kämpfe hier das ist gerade ein bisschen ja das war gerade so hallo dafür habe ich ja so mord dafür sind monster also ich bin ja hier schon sehr gut aus war voll blöd dass der doppelgänger gesehen hat wie ich bogen geschossen habe wie ich bekomme den nicht ganz ist doch blöd ja komm hier runter komm da hin ach du blöd mann naja dann komme ich halt zu dir krass durch die kniescheibe geht ja dann ist das ja wirklich die perfekte quest für dich oder warte kann ich da was ja soo gut ja aber das mit der schokolade ärgert mich gerade voll dass ihr das nicht seht aber wahrscheinlich muss ich dann bei twitch irgendwas einstellen also auf also da wo man das einstellt wie gesagt habe ich schon drei punkte gesehen aber ich habe gerade lust auf schokolade deswegen komme ich drauf soo aber auf jeden fall bis bis zu bis zum langen stream muss ich das in den griff bekommen oder auch beim helloween screen streamen oh da will ich ja auch schon sowas machen soo dann kommst du mal auch hier zu dem doppelgänger lee soo dann 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 schön in den haufen rein in den olivenhaufen rein muss ja nicht die wenigen die jetzt noch da sind die kommen nicht hier hoch sagte er und entdeckte dass ein hauptmann hochkommt dann haben wir uns mal den vertrieben ich mache ja gar keinen schaden an den das ist ein karatik ja 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 Du zögerst es doch nur hinaus. Ja, ich zöger deinen Tod hinaus. Die Finisher sind echt durchtrieben. So, next one. So, next one. So, next one.